Regenbogenstift den gelben Stift ein bisschen drauf aber nicht über die ganze Spitze, sondern nur an einer Seite und dann seht ihr schon, der gelbe Stift saugt sich jetzt mit der rosanen Farbe etwas voll und dann mache ich das Ganze auch noch mit einem grünen Stift, so, schön dran drücken und ich lasse auch noch ein bisschen Platz damit die gelbe Farbe auch noch hervorkommt sonst malt ihr die zu und jetzt nehme ich auch noch einen blauen Stift weil ich will Regenbogenfarben wie gesagt, nehmt die dicken Stifte, da funktioniert das richtig gut meiner ist halt ein bisschen klein aber ja, zum zeigen lang ich kann jetzt einen Regenbogen malen oder irgendwas schreiben total gut sieht das Ganze aus na, was sagt ihr dazu? und habt ihr auch schon mein neues Intro gesehen? ich möchte mich beim Tobi bedanken für die Hilfe danke, dass du mir das Intro erstellt hast und seinen Link, den findet ihr bei mir in der Infobox ja, dann schaut euch gerne meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal, tschüss